... dazugeben mussten und wie es euch in der Regionalpresse im Lokalteil versprochen wurde. Hier sind sie, direkt aus Brasilien. Herr Kapellmeister, einen Einmarsch für Borde und Porni! 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 Wir waren für euch unterwegs in der Welt! Und heut sind wir wieder zu Haus! Ja, wir waren im Rio, denn das war unser Ziel, viel Amore für Rio, mein Name war den Brasilien. Senoritas und Samenbach, dieses ewige Spiel, Tag und Nacht am Malzahmenbach, mein Karneval in Brasilien. Ja, Helau erstmal. Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, aber Karl Ranzheier ist tot. Und ich weiß auch nicht, ob ihr das wusstet, unser aller Präsident hat uns im November auf Bildungsurlaub geschickt, zum Karneval in Brasilien, nach Rio. Ich muss sagen, es war schon toll. Viel Karneval, viel Brasil und sehr viel Rio. Haben sich wirklich Mühe gegeben, die Brasilianer. Obwohl, ich muss sagen, einige Sachen kamen mir schon bekannt vor. Wie zum Beispiel diese junge Dame. Wollen wir uns doch reinlassen? Ja! Wollen wir uns doch reinlassen? Ja! Lass sie reinbögen! Ja! Pizza für Jonas Wagner? Ich bin doch gar nicht der Wetzerdienst. Ich bin doch die Monika! Herr Kapellmeister, bitteschön! Voriges Jahr, voriges Jahr, in der Faschingszeit, war ich wieder mal rund wie ein Groschen. Auf dem Heimweg, da war es auch schon passiert, mich hat's auf die Fresse gedroschen. Dieses Jahr, dieses Jahr war es wieder so, und da hatte ich Mühe zu laufen. Doch da flog dieser kleine Vogel zu mir und er sprach, du sollst niemals erst aufhören. Kleiner Vogel, wo, ach, wo singst du heut? Ausdruckstanz! Kleiner Vogel, komm, sonst kann ich nicht schlafen. Kleiner Vogel, wo ist die Faschingszeit? Kleiner Vogel, wo ist die Faschingszeit? Die Woche, Lincoln Solo und Ausdruckstanz! Lailo, 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 Lailo Lailo, 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 Lailo Vielen Dank! An dieser Stelle muss ich dann immer sagen, ihr seid das netteste Publikum, was mir hier begegnet ist. Und dafür sollte jetzt auch belohnt werden. Ich lüfte jetzt für euch alle und nur für euch ein Geheimnis. Fragen, die jeden von euch auf den Nägeln brennen. Wann, wo und wie haben sie sich kennengelernt? Das Traumpaar des Jahres. Stefan Ruhs und Stefanie... Hey! 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 Beach, baby, beach, baby, give me your hand, give me something that I can remember. Just like you'd fall before, but I'd shot in the moonlight. Beach, baby, beach, baby, they're on the set from July to the end of September. So it was fun to be out in the sun every day. Also, der Papa hat gesagt, Sirken ist wirklich die totale Augeile, wenn ich ständig diese blöden Spanner am Strand rumlungern würde. Also, der Papa hat gesagt, Sirken ist wirklich die totale Augeile, wenn ich ständig bin. Am Strand, da vor mir surft ein junges Mädchen. Sie surft allein und sie scheint hübsch zu sein. Ich weiß nicht, wie ein Name, doch ich könne nicht ihr zählen. Ich merke nur, sie surft mit viel Gefühl. Was will der blöde Kerl da hinter mir nur? So'n Spanner hat mir gerade noch gefehlt. Mit seiner Tute in den Bühnen sieht er eigentlich blöde aus. So'n Spanner hat mir niemals in mein Haus. Aha, da, 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 da. Musik 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 Ja liebe Freunde, habe ich mich etwa verhört oder wollt ihr noch mehr? Musik Einen glitzekleinen Rock'n'Hool etwa hast! 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 Einen glitzekleinen Rock'n'Hool 짜TE Einen glitzekleinen Rock'n'Hool etwa hast! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020